Hallo und willkommen zu Minecraft. Hoi, 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 dann setzen wir da oben gleich noch eine Kiste hin, damit wir so lange wie wir da umbauen, nicht andauernd hin und her laufen müssen, um mal hier eine Kiste, äh, Inventar auszulehren. Ähm, so, pop, 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 ähm, wo war ich? Achso, Magical Crops. So, was ich auch auf jeden Fall da so nebenbei irgendwie noch machen möchte ist, ähm, ja, Dark, Darkcraft auf jeden Fall, weil, ja, die Forthroth wäre schon geil. Quatsch, Forthroth, die, ähm, Teleportationsroute, die wäre schon eigentlich für mich recht interessant, da man dann natürlich auch irgendwo hinlatschen kann, um die Welt zu erkunden, was ja im Moment, ja, gut, man könnte es auch machen, aber dann das Zurückstiefeln, boah, äh, das ist ja dann auch meistens eher nicht so ereignisvoll. Wie das, äh, Entdecken von neuen Sachen. So, ja, dann würde ich sagen, äh, also Dorf updaten, Dartcraft und Magical Crops machen, Maschinen erweitern, ja, das dürfte erstmal fürs Erste so als Zielstellung reichen. Da das ja eigentlich auch noch genug ist, ja, ab einem bestimmten Punkt könnten wir dann auch noch irgendwann mal wieder die Neta besuchen und dort eine Neta-Festung suchen, weil wir, ja, praktisch ja auch, ähm, ja, die Rods irgendwie irgendwann mal brauchen, also die Blaze Rods. Und für Virtuey brauchen wir, glaube ich, auch Wutterskulls, also ist da eine Menge zu holen, auch noch im Neta, abgesehen von dem Erz. Was wir ja natürlich auch für einige Quests brauchen und, ähm, für bessere, ich glaube, Kobalt-Sachen, ich weiß gar nicht, ob die Kobalt-Sachen besser waren als die, äh, Alumeids-Sachen. So, ähm, das muss ich nochmal nachschauen. Bup, 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 so, irgendwas, irgendwas Leggerort hier, zeigen hatte ich, ist eigentlich alles aus, Updates hat er auch alle gemacht, hm. Oh ja, naja, solange es nicht schon Game-Breaking-Lag ist, ist ja alles in Ordnung. So, zack. So, jetzt sind wir einmal, oh, der ist aber klein. Ich hätte jetzt gedacht, die sind, obwohl, ich habe ja noch nicht nach unten gegraben. Wer weiß, wie weit der nach unten geht. Ähm, buddeln wir mal das hier auch hier alles. Rundrum weg. So, alles so einigermaßen glatt machen. Dann noch Beleuchtung dran zaubern. Ähm, 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 ähm. So. Pst, pst, pst. So, hier oben ist drin. Ja, okay. Dann hier noch was hin. Oh, zack. Das Eisen möchte ich noch. Und noch mehr Eisen. Dörp. Oh, und, oh, oh, fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Smaragde. Oh, vorsichtig, nicht runterfahren. So, dann knallen wir da auch noch. Licht dran und bauen das hier ab. Zack. 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 So, dann werden wir... Komm, machen wir das hier auch noch weg. Bei dem Gammelöl. Gammelöl, Gammelöl. Hier ist ganz viel Gammelöl. Dann mal gucken, wie weit das hier geht. Oh, oh, oh. Oh, okay. Ähm, wie viel haben wir? Können wir mal ein bisschen Gravel benutzen? Ja, das Öl verschwindet. Juhu. Oh. Du, 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 du. Öl weg, Öl weg, juhu, huu, huu. Ähm, so. Bop, bop. Ähm, eine Schicht noch weg. Zack, du da auch noch weg. Müssen wir das jetzt noch alles wieder beleuchten. Hier noch warte. Da, 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 da. Oh. Ein zu viel. Zack. So, dann hier nochmal ein bisschen rein. Ja, das sollte in die Richtung reichen. Oh, zurück. Man will sicher nicht den Boden unter den Füßen wegbauen. Und runter hier. Zack. Zack, zack, zack. So. Den ganzen Mist aufsammeln. Und in die Kiste verfranken. Verfranken. Rau, 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 rau. Mensch. War es doch eigentlich keine Sprachbehindung hier. Und trotzdem eierst du so rum. Unglaublich. Oh. Zack. Zack. Und schon wieder fängt das... Und schon wieder. Und es fängt wieder an zu lägen. Mensch. Deutsch, ne? Deutsch, ne? So schwer ist es doch nicht. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Oh, jetzt habe ich das Gravel wieder raus. Zack, und Dirt wieder raus. So, dann werden wir mal hier noch ein bisschen Öl wegmachen. Du böse, böse Öl. Ich mag kein Öl. Ich mag kein Öl. Lol, lol, lol. Lol, 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 lol. So. Wer das noch nicht gemerkt hat... Joa. Der erfährt es halt jetzt. Ich mag kein Öl. Zack. Ich will immer noch nicht verschwinden. Mensch. Öl hinfort. Öl hinfort. Öl hinfort. Oh. Oh. Böses Öl. Ganz böses Öl. Stirb, Öl. Stirb, stirb. Stirb, stirb. Stirb. Ich töte dir, Öl. Tchwing. Yes, 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 yes. Öl, weg, Öl, weg. Öli, Öli, Öl. So, ähm. Bop, 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 bop. So. Aber was komisch ist... Normalerweise sollten hier auch ab und zu mal ein paar Gegner vorbeiraufen, weil hier sind überall noch lauter Spots, wo welche schaboren können. Aber irgendwo wollen die nicht. Vielleicht habe ich doch auch zu doll ausgeleuchterort. So. Oh. 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 Schön. Gleich ist das hier auf der Seite weg. Und wieder weggraben. Swap. Juhu. Die Ölquelle ist versiegt. Juhu. Wunderschön, wunderschön. Looten wir mal den ganzen Rotz hier. Rotz. Oh, Entschuldigung. Uh. Ich habe es nicht mehr bremsen können. Ähm. Bop, bop, bop. Tja. So, dann picken wir das hier auch noch weg. Oh. Uh. Der skribbelt richtig. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Sack. So. Okay, ähm. Äh. Mann. Du pöser, pöser Husten. Musst du mich so äckern. Bacilius. Hustius. Ja, ich muss. Du hast es nicht anders verdient. Oh, no. So. Upp. Mensch, da ist auch wieder gut Eisen dabei. Tschui. So, okay. Ähm. In die Richtung. Machen wir da noch eine runter gleich. Äh. Oh, Boden unter den Füßen weggegraben. Das war natürlich sehr klug. Nein. Saufuhr. Und Q-Craft. Brotts, den wir nicht brauchen. No. Oh. Hört ihr das? Da ist irgendjemand grad geschwommen. Wo auch immer das war. Wahrscheinlich hier im Dungeon, oder? Pik, 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 pik. Ah ne, hämmer, 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 wir hämmern ja. Wir pikken ja gar nicht. Oh, jetzt ist der Eingang. Oh, jeez. Können wir gleich mal reinlinsen. Das ging ja schnell. Ja, relativ, ne. In Anbetracht der Folgen, die wir gebraucht haben, um so weit zu kommen. So, okay. Ähm. Oh. Ich brauchte echt Force Tools für. Fuck. Okay, ähm, ja, dann werden wir mal hochzwitschern. Was sagt das hier? Hm, ja, wir haben, ja, wir haben wenigstens ein bisschen Eisen, ein bisschen Silber und Hablei gekriegt. Ah. Puh, 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 ja. Naja, naja. Dann werden wir uns mal jetzt eine Dotcroft Pickaxe... Oh, warte mal. Da brauchen wir ja wieder Nuggets für, ne. Da müssten wir, glaube ich, erstmal, ähm, die Bäume da weghauen. Äh, ja. Dann müssten wir auch hier, müssten, können wir auch mal bei einer Gelegenheit hier mal einen besseren Weg runterbauen. Und am besten auch mit Treppenstufen. Ähm, damit man hier nicht ganz weit wie ein Häschen rumhoppeln muss und sich den Kopf an den Deckel stoßt. Stößt. So, zack. Schrottkiste. Schrottkiste. Äh, ne. Ach, die Varianten. So, das ist das. E-Mesher. Äh, Thorncraft. E-Mesher war hier hinten. Rubbish kommt hier rein. Rrrr-rein. Siehst du, da können wir gleich so einen Essence... Weaker Essence Stone bauen. Und zwar, indem wir hier so, zack. Und einen Emerald nehmen. Zack. Und da hätten wir einen Weak Essence Stone, äh, Infuser. Und mit dem, den braucht man. Da macht man dann quasi hier so. Zack, 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 zack. Und dann bekommt man hier die Weak Essenzen raus. Und ja, warte mal, was bräuchten wir? Brauchten wir Kohle. Dafür brauchen wir vier Stück. Okay. Ja, bop, 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 bop. Also brauchen wir nochmal vier mal vier, sechzehn. Einen haben wir ja jetzt schon gebaut. Also bräuchten wir nicht mehr so viel. Achso, man könnte ja nochmal jedes Erz wieder reindruppen. Zack, 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 zack. Oh, nein, du bist Kobbel, du bist kein Erz. Der Redstone kommt hier rein. Und der... Oh. Und der Smaragd kann hier auch rein. Denn nehmen wir das Eisen gleich wieder mit. Logik, weil... Weil Logik. Und feuern das hier rein. Dann schauen wir mal fix nochmal an die Schmelze. Da haben wir zwölf drin. Das heißt, wir können hier einen machen. Und zack. So, und dann werden wir jetzt... Was wollte ich jetzt machen? Achso. Jetzt müssen wir uns erstmal hinlegen. Damit, ähm... Damit es Tag wird. Dann gehen wir raus, hauen ein paar Forstbäume um, bis wir genug Nuggets haben, um eine Pickaxe zu bauen. Schauen wir aber direkt erstmal nach. Ähm... Wie viel die braucht? Forst... Äh... Wo ist sie? Da unten. Forstbäume. Die braucht drei Barren. Warte mal, drei Barren. Das heißt, äh... 27 Nuggets bräuchten wir. Ähm... Ach, 25 Ingots. Mensch, lesen sollte man. Ähm... 29... Welch, Quatsch. Ah, jetzt kommen wir auch schon wieder hier mit dem Durcheinander, was ich... Äh... 9,3 27. Ähm... Wir brauchen 27 Forstnuggets. Schauen wir mal, wie viel wir, äh... In unserem Lager haben. Ich glaube, ich hatte ja beim letzten Mal schon was gebaut. Äh... Essenzen hier rein. Oh, wir haben sogar genug, um Cool Seed zu machen. Ist ja geil. Ähm... 14 Nuggets. Also brauche ich noch 13 Nuggets. Okay. Schwert gezogen und, äh... Raus. Oh. Oh. Ein bisschen laggy. Oh, hello. Oh, oh. Sollen wir mal bei Gelegenheit einen Bogen bauen? Damit wir den snipen können, den bösen Bogen beim nächsten Mal. Ähm... Ach, hier hatte ich das. So. Mensch. Der Sprenkler bewirkt echt Wunder. Quasi ein konstanter Regenstreben. So. Ist irgendwo was drin? Ähm, ne, okay. Dann können wir die neu pflanzen. 19. Oh, wir haben sogar zwei von den weichen. Essenzen gekriegt. Äh. Schwachen. Oh, feichen. Äh. So. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zackidock. So. Das soll erst mal ein Sprechen sein. Und geht auch nicht raus. Blah, nee.